hm das lädt extrem lange lädt es ewig ja großartig was okay egal an welchem speicherpunkt ich muss das hier jedes mal machen eigentlich überhaupt nicht cool aber gut ja ich hab jetzt gerade neben p genommen ist mir auch gerade erst aufgefallen was mache ich denn dann kann ich auch gleich eigentlich die große waffe rausholen wenn die wiederkommen tja nichts war das überwältigen wir brauchen nicht töten verstehe ich so oder so nicht warum es diese option gibt da unten es geht mit der konsole bestimmt wesentlich besser wenn man es mit dem computer auch cooler hätte machen können ich war nie hier das wollte ich überhaupt nicht was zehne sind es gleich wieder so da bin ich wieder ziemlich viel blödsinn was da passiert ich pfeife jetzt mal auf das geld warum werden die überhaupt alarmiert so eine sache die ich mich frage ich hoffe dass ich jetzt aber wirklich speichern kann also dass er mich hier auch wieder rausholt muss auch ein bisschen merkwürdig sein wenn man vor jemandem steht und der plötzlich auf dem Boden liegt und man nicht weiß wieso gut bringt mir nichts mehr imitationssender imitationssender reingüte was machen die jetzt da das war was das haben die doch niemals erkannt niemals verarsch mich doch nicht sorry ich wollte es nicht aber was bleibt mir da für eine andere option jetzt kann ich mir wenigstens alles holen wir müssen jetzt auch wieder nach oben anscheinend diesmal passe ich genau drauf auf gegenstand eben nicht sie töten das war nämlich definitiv ein fehler war nicht beabsichtigt die sind vollkommen unschuldig nehme ich zumindest stark an jetzt sind sie nicht vollkommen unschuldig aber in dem zusammenhang unschuldig und jetzt spawnen die hier bestimmt alle oben oder könnte es sein das war doch klar wie sehen die denn aus was wer seid hier wer bist du was treffen wir denn hier alles an das war ich habe ihn nur überwältigt was ist was ist ähm sie mich verarschen oh sie ist von der g22 so wie es aussieht und gucken wir erst mal nach was wir hier nehmen können ich habe zum beispiel granaten die würde ich gerne platzieren wenn irgendwie möglich was ist der perfekte wurf der perfekte wurf sie trifft sie trifft mich halt auch jedes mal sie habe mich gerade jedes mal getroffen obwohl ich in deckung war und dadurch kann ich mein schild nicht aufladen jetzt geht es langsam los sie darf mich halt nicht treffen was soll das was habe ich dir denn getan ich habe keine munition mehr ne ich muss nachmachen au so es müsste reichen im moment in sicherheit zu warten also gib auf glaub nochmal die ist gefährlich ihr schild ist auch ziemlich stark ich glaube ich muss warten bis ihr Kopf da am Ende rauskommt dann kann ich auf sie schießen jetzt ne reicht nicht was passiert wenn ich in den Nahkampf gegen sie gehe? ja das bringt ja nichts sie lädt doch ihr Schild schneller auf toll ja was soll ich denn da machen ich habe am Anfang so viel Health verloren dass ich sowas nicht machen kann hm meine Güte meine Güte oh oh dann zu ihm dahinten auch noch schon wieder perfekter Wurf dafür au 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 was jetzt mal ernsthaft da ja das ist doch mal meine Granate bitte ok jetzt mal habe ich auch ein bisschen mehr Health und auch mehr Granaten dann kann ich die werfen? Tatsache so erstmal in ihre Richtung und dann ok das war nur wirklich nur in ihre Richtung das hat sie noch nicht getroffen Aua Mann die trifft aber auch jedes Mal mein Kopf ähm 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 komm schon das Problem ist nach einem Schuss muss ich dann immer erst wieder warten bis was was hier ran gesoomt hat und auf dem Schiff treffe ich einfach nicht ne ich kann nicht mal meinen Skill nutzen großartig ich kann mich dahinter nicht richtig verstecken was soll das haha anstrengend anstrengend muss ich schon sagen ich konnte meinen Skill nicht einsetzen ich kann meinen Skill gar nicht einsetzen so wie es aussieht als dass das Alarm ausklößt wird aus welcher wie auch immer da frisst meine doppelten Granaten ok dann nehm 3 meine Güte was immer reichen muss ok hier bin ich sicher es wird noch nicht mal die Flasche da oben geschossen aber eigentlich nur auf den richtigen Moment eine Granate zu werfen die fliegt leider fiesfalt ne die hat wenigstens mal getroffen ok toll toll aber nicht ähm man wie soll ich denn gegen sie gewinnen es ist total unfair ja schon komm wieder hoch mit dem Skill komme ich natürlich ganz gut klar aber es reicht noch lange nicht ich mein guckt euch mal ihre Hälfte an die sind ja auch irgendwie nicht niedriger gezielter Schuss gezielter Schuss gezielter Schuss war doch eh für die Pistole ne wenn überhaupt und da muss ich dann erst Automatik Munition nehmen oh verdammt kommt sie doch nie hervor hopp das war's wieder ha 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 sie trifft mich ich bin in der Deckung und sie trifft mich wofür auch immer das ist aber Unterschall Stummewehr mehr Infos genauigkeit senkt Effektivität versucht jedoch weniger Schaden könnte uns könnte uns tatsächlich helfen wenn es nächstes mal hervorkommt dann kriegen wir können wir nämlich ihre Panzer und durchbrechen ja das ist genau das was ich brauchte aber es bringt auch nicht extrem viel ok ich brauch Health oh mein Gott oh ich kanns noch nicht einsetzen nicht sterben nicht sterben so und dazu noch eiserner Wille dann beim nächsten Schuss nachdem sich auch mein Schild mal vollkommen wieder aufgeladen hat ich hab auch kein doch ich hab noch Munition da aber nicht mehr sehr viel so vor Ort wo die da und zu in der sogar zu in der letzten Sekunde wieder nachladen wo kam nun auch Hi. Dieses Silent-Treatment von dir beginnt, um meine Gefühle zu verhören. Und nach allem sind wir auch durch. Du bist nur ein Kind, also ich will, dass ich es gehen lasse. Aber du musst es fortsetzen.